Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich wieder für euch in Battlefest wieder unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um die 5 Mounts, die wir aus der Darkshore Warfront bekommen und dazu war der Tila schon ein wenig fleißig und hat ein bisschen Mounts gesammelt. Dunkelküste und ihr seht, ich habe mittlerweile alle 5 Mounts und ja, ich habe auch das schicke Kodo und ja, wie wir die jetzt alle erspielen können, beziehungsweise was es da so an Tipps und Tricks von mir gibt, will ich euch gleich zeigen, aber als allererstes wollen wir uns die mal angucken, weil mir wird immer gesagt, ja zeig doch die Mounts auch und ja, was machen wir jetzt? Den allerersten, was wir hier haben, ist der Nachtseebläder Kaldorei und den gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, obwohl so genau gucken wir uns den nicht an. Er hat auf jeden Fall ein neues Model, was ich sehr, sehr schick finde und mit so kleinen Details und ich muss sagen, auf jeden Fall haben die mal ein Update gebraucht, diese Tiger und dementsprechend, ja, ist das schick, so eine He-Man-Katze jetzt in der HD-Variante zu haben. Den zweiten, ach, jetzt muss ich hier wieder dunkel küsste, den zweiten, was wir uns angucken wollen, ist einmal die Gimäre des Eschentals und so ein Model hatten wir ja schon mal bekommen in Warlords of Draenor, ich meine für die Collectors Edition oder war das für das Fliegen, für das Draenor Fliegen Achievement, ich weiß nicht, irgendwo da hat man es bekommen, in Warlords of Draenor gab es so eine braune Gimäre, jetzt haben wir quasi nochmal ein, ja, ein bisschen abgedatete Version hier, die lila, die ziehen wir uns gleich mal am besten hier raus, mit der werden wir jetzt gleich ein bisschen rumfliegen. Das nächste, was wir haben, ist hier Schwarzpranke, ist ein quasi HD-Bären-Modell, finde ich eine schicke Sache, Bären haben wir ja schon einige als Mount, aber noch keins quasi, was hier so ein neues, tolles Modell hat, ja, ist auf jeden Fall brauchbar. Das nächste Mount, was wir haben, ist umberbrauner Nachtsäbler, der hat natürlich dieselbe Textur an sich wie der andere schon, nur er ist halt umberbraun, was auch immer das für eine Farbe sein soll, das ist halt ein brauner Tiger, auch ein schickes Ding, und das letzte, was wir haben, ist das verängstige Kodo, und hier sehen wir ein, ja, relativ normales Kodo, auch jetzt hier mit einem HD-Update, die alten Kodos schauen ja greislig aus, ja, und es ist jetzt nicht so krass viel hübscher, aber man sieht halt, dass Böse da ein bisschen was gemacht hat. Die Farbvariante, habe ich mir sagen lassen, gibt es so noch nicht, und das können natürlich Alice und Hordler reiten, und für Alice ist das doch was Besonderes, mal ein Kodo zu haben. Ich meine, die hatten davor noch keins, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben sie nicht viele Kodos. So, jetzt gucken wir mal, wo wir das Ganze herbekommen. Es ist ein bisschen tricky, weil Horde und Allianz teilweise verschiedene Bosse haben, wo sie die gleichen Mounts herbekommen. Erstmal müsst ihr einmal nach Darkshore in die Warfront. Da gibt es zwei Wege, ja. Wenn ihr die Warfront habt, habt ihr direkt in eurer Hauptstadt, in Sunil-Dazar, beziehungsweise, also in Dazar-Alor als Hordler. Ich kann das einmal kurz zeigen. Da ist das Portal hier direkt da, wo man halt die Warfronts annimmt. Und bei der Allianz müsste es dann einfach in Boralos sein, auch da, wo die Warfronts sind, also hier am Hafen. Im Moment hat die Horde quasi die Warfront und die Horde kommt her. Aber auch die Allianz kann hier herkommen. Falls ihr das nicht mehr so genau wusstet, ich bin parallel mit meinem Allianz-Char auch noch hier online, kann ich euch hier einen Tipp geben. Einfach nach SW, also Sunwind, und hier im Hafen gibt es hier immer ein Portal nach Darkshore, auch wenn ihr die Warfront nicht habt, weil ja der Baum abgefackelt worden ist, da kann sich vielleicht einer oder andere erinnern. Und dann kommt ihr dementsprechend immer her. So, jetzt zu den Rares. Ihr seht, ich habe schon hier ein paar so lustige Symbolchen auf der Karte mit Haken und Sternen. Das ist ein Add-On. Wenn da ein Haken ist, habe ich den Rare Mob schon gekillt. Wenn da ein Stern ist, dann ist der noch offen zu töten. Und es wird auch gleichzeitig angezeigt, was der droppt. Hier droppt er zum Beispiel, hier hat es ein Pet, da ein Mount, hier nur Azerid, 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 da wieder ein Pet, es sind auch Toys dabei. Hier unten sind, glaube ich, ja, genau, auch Toys. Das Add-On ist recht praktisch. Das funktioniert sogar, wenn ihr dementsprechend das Add-On vorher nicht drauf hattet, es draufladet, und dann trägt ihr die Haken trotzdem im Nachhinein. Das klappt ja bei vielen Add-On nicht, bei dem klappt es. Und wie das heißt, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das heißt Tomcats Tours und dann Darkshore und, ne, Rares of Darkshore, Warfront und Darkshore plus HR. Keine Ahnung, warum das da dabei ist. Ich werde es euch auf jeden Fall in die Infobox packen oder ihr könnt es jetzt auch hier gleich sehen, wie man es genau schreibt. Und ja, kann ich nur empfehlen, vor allem, wenn man viele Twinks hat wie ich und damit einigen durchbastelt. Denn ich empfehle euch, das auch mit vielen Twinks zu machen. Es ist nämlich so, dass hier wahrscheinlich das wieder auch so wie Marathi-Hochland der Fall ist, dass die Rares kein Daily oder Weekly Reset haben, sondern jedes Mal, wenn die Warfront swappt. Das heißt, es kann bis zu einem Monat dauern, dass ihr hier einmal die Rares mit dem gleichen Char nochmal umhauen könnt. Es geht auch nur mit 120er Chars. Ihr könnt hier mit 110er Chars auch herkommen. Das geht. Ihr seid auch im selben Phasing. Ihr seht die Rare Mobs. Ihr seht alles. Ihr könnt die Rare Mobs auch umklatschen. Bloß für euch sind sie nicht Rare, sondern normal gecancelt und ihr kriegt einfach keinen Loot von denen. Ich habe es ausprobiert. Also unter 120 könnt ihr da rumbasteln. Es bringt euch bloß nichts. Es ist halt quasi das Gleiche, wie wenn ihr mit dem 120er Char den Rare Mobs tötet, den ihr schon getötet habt. Ihr kriegt halt einfach keinen Loot davon. So, jetzt haben wir alle Unklarheiten beseitigt. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir mal, wer was hier droppt. Ihr habt jetzt hier schon gesehen, wir haben hier Alash Anir, wahrscheinlich tausendmal falsch ausgesprochen, und der droppt uns die Chimäre. Das ist auf den Koordinaten 56, 22. Der droppt sowohl für Allianz als auch die Horde die Chimäre. Ist auch ein Chimären Rare Mob. Und ja, über die Drop Chance kann ich nicht viel sagen. Ich habe jetzt mit sieben Chars das Ganze hier gemacht und hatte dann dementsprechend alle Mounts. War wahrscheinlich relativ lucky. Und ja, es hat die Horde bei mir gerade die Warfront, aber auch die Allianz kann hier diese Rare Mobs umhauen. Ihr seht, hier sind auch gerade Allianz-Spieler, die quasi den Rare Mob umhauen. Das ist das erste Mount, das wir uns holen. Ich zeige euch die jetzt erstmal aus Horden-Perspektive und danach gehen wir auf die Allianz ein, weil das wird dann ein bisschen spezieller in dem Sinne, weil wenn die Horde die Warfront hat, nicht alle Rare Mobs da sind, die quasi dieselben Mounts für die Allianz droppen. Der zweite Mob, den wir haben, ist quasi ein Bär, der, wen hätte es gewundert, einen Bären droppt. Ja, und zwar ist das hier dieser schicke Braunbär, Dunkelküste, hier, ne, Schwarzpranke, das ist gar kein brauner Bär, das ist ein schwarzer Bär und der droppt hier auch von Schwarzpranke. Ja, wer hätte es gedacht? Und der ist etwa auf den Koordinaten 49, 24 hier. So, dann kommen wir zu den anderen Mobs weiter. Dann haben wir hier die Schattenklaue, die ist hier auf den Koordinaten 39, 33, relativ nah bei dem World Boss in der Nähe und die droppt hier die, ja, diesen Nachtsebeler der Kaldorei. Dann haben wir hier unten den nächsten und zwar haben wir Ati Tauglanz, das ist ein Allianz-General oder ob es ein General ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall irgendwas Höheres bei der Allianz, ein Rare Mob und der droppt quasi dann den umberbraunen Nachtsebeler, den ich euch vorhin gezeigt hatte. Also sprich, Nummer 1 ist hier, Nummer 2 ist da, Nummer 3 ist hier und Nummer 4 ist hier unten. Soweit zur Horden-Seite. Einer fehlt noch, aber der droppt nicht von dem Rare, den werde ich euch am Ende zeigen. Jetzt switchen wir mal auf die Allianz-Seite und zwar haben wir hier, ihr werdet es vielleicht jetzt nicht genau sehen, ich kann jetzt vielleicht mal schnell hin und her switchen, also das sind die Haken hier. Seht ihr, die Haken verschieben sich ein bisschen, weil die Allianz teilweise andere Rares hat als die Horde. Sagen wir das mal nochmal. Horde, Allianz, Horde, Allianz. Okay, jetzt bleiben wir bei der Allianz. Ihr seht, der hier ist gleich, hier die Schimäre, aber der Bär ist zum Beispiel jetzt hier gar nicht eingezeichnet. Dafür haben wir hier oben einen Rare Mob und der droppt den umberbraunen Nachtsebler, der vorher hier unten gedroppt ist, wo wir keinen Haken haben, denn, wie gesagt, das ist ein Allianz-General, ich nenne ihn jetzt einfach General irgendeinen Anführer halt, der das droppt, den können wir natürlich als Allianzler nicht umhauen, aber wir können den Hordentypen umhauen und der Hordentyp, der befindet sich hier oben und zwar läuft er hier rum, das ist nämlich der hier, Moxo, der Köpfer heißt der, und der droppt quasi uns den, ja, den umberbraunen Nachtsebler. Die Schimäre bleibt gleich. Dann haben wir auch hier diesen Bären, aber den können wir während die Horde, die Warfront kontrolliert, und das sehen wir natürlich immer hier auch in der Flagge, Horde kontrolliert die Warfront, also man hat hier sogar eine Flagge eingeführt für, können wir uns nur die beiden Mounts erspielen. Ihr könnt natürlich mit dem Hordenschar die anderen Mounts farmen und habt die auch als Allianzler. Wenn ich jetzt hier eingebe, Moment, Dunkelküste, dann habe ich auch alle Mounts, also die habt ihr auf beiden Fraktionen, ihr könnt aber alle im Moment nur mit der Horde farmen. So, jetzt zeige ich aber trotzdem, wenn die Allianz die Warfront hätte, wo dann die anderen Rares für euch sind. Jetzt gehen wir erstmal hier drauf, und zwar seht ihr, der Bär ist an derselben Stelle, wie er auch bei der Horde ist, aber wenn die Allianz die Warfront hat, dann greift quasi so einen Hordenhexenmeister, den Bären an, der dann mit uns verbündet ist, und wir kriegen quasi von dem Hordenhexenmeister denselben Bären. Quasi im Hordler hauen wir den Bären um, kriegen ihn, und als Allianzler retten wir den Bären und kriegen auch den Bären. Ist an derselben Stelle quasi, also auch hier unten, wo auch schon der andere war. Vielleicht nochmal einmal, um es groß zu machen, genau. Da war auch schon dann der Hordenbär, den wir unboxen müssen. Dann muss ich jetzt mal gucken, genau. Und dann haben wir jetzt hier noch einen Horden-NPC, der im Moment auch da ist, bloß nicht angreifbar ist, und der droppt nämlich das letzte Mount, also das vierte, und das ist nämlich dieser Kaldorei-Nachtssebler. Und der befindet sich hier unten an dem Strudel, und da haben wir ihn. Der kämpft dementsprechend immer gegen diesen Hörisch, und ich kann euch das jetzt gleich mal zeigen, aus welcher Chars näher dran. Ich glaube, der Horden-Chars ein bisschen näher dran. Dieser Horden-Anführer, der ist jetzt da auch dort, bloß ist der jetzt in einer passiven Rolle. Und zwar, wir müssen jetzt einmal hier hinten durch. Ja, ist sehr gut. Und ihr seht, er lehnt da am Baum, und dementsprechend, ja, ist dieser Hörisch im Moment der Rare, und man kann ihn quasi auch nicht unboxen. Ich glaube, auch mit dem Alijar, wenn ich da jetzt mal einmal hinfliege, kann ich ihn nicht unboxen, beziehungsweise ihr seht, es wird hier auch kein Haken angezeigt. Also, quasi das Add-On, das registriert auch, wer gerade die Warfront hat, und dementsprechend zeigt es dann auch an, wer dementsprechend, ja, wer dementsprechend gerade Loot von welchen Rare Mobs generieren kann, und welche halt dementsprechend einfach nicht da sind. So, jetzt fliegen wir da nochmal einmal runter mit dem hier, und dann kommen wir als allerletztes dann noch zu unserem schicken Kodo, weil da wird es ein bisschen verzwickter, ja, mit dem Loot, wenn wir jetzt hier hinfliegen. Wir dürfen ihn, glaube ich, trotzdem nicht tacken können, obwohl er ja auch hier dort steht. Ja, ihr seht, er ist quasi zwar als Rare markiert, aber man kann ihn nicht angreifen, ja, leider. Ja, das ist ein bisschen blöd. Also, wie gesagt, als Allianz könnt ihr nur zwei farmen, als Hordler könnt ihr die, könnt ihr die kompletten vier von den Rare Mobs waren. Gut, jetzt fliegen wir einmal ein bisschen nach unten, denn ich will euch die Geschichte mit dem Kodo jetzt noch zeigen. Das ist ja das letzte, das ich euch noch nicht gezeigt hatte, und hier wird es ein bisschen verzwickter. Das Kodo, das droppt nämlich nicht von einem Rare Mob, sondern das ist ein Special Event, und ist so ein bisschen Timeloss Protodrag 2.0, wobei, nicht ganz so schlimm, ja. Nicht ganz so schlimm, aber es ist ein bisschen nervig. Also, ihr habt ja bestimmte Cinematic gesehen, über hier die Warfront, wo quasi Malfurion diese Karawane angreift, und dementsprechend haben wir da auch ein Kodo in dieser Karawane, und dieses Kodo wird verängstigt und haut ab. Und genau dieses Kodo ist das Kodo, das wir hier haben. Ach, Kodo. Okay, es gibt viele Kodos, aber ich brauche das Verängstigte. Hier, genau. Das ist genau dieses verängstige Kodo, und das rennt zufällig in diesem Gebiet etwa rum. Etwa hier, ja. Also, es gibt ein paar Leute, die haben es hier gesichtet, ein paar, die haben es hier gesichtet. Die allermeisten, und ich auch, habe es hier gefunden. Etwa auf 41, 65 oder 64. Etwa hier, ja. Meins ist auch einfach hier rumgelaufen, in dem Bereich. Also, sprich, zwischen den Bäumen und den Bäumen hier im Feuer. Das rennt hier einfach lang. Das kann aber anscheinend an mehreren Spawnpunkten hier in diesem Bereich spawnen. Viele Leute behaupten, dass es einen Respawn zwischen zwei und sechs Stunden hat. Wie funktioniert das? Das Kodo ist verbindet mit euch und ist verdammt klein. Also, das ist so groß wie das hier, vielleicht sogar fast ein bisschen kleiner gefühlt. Und das ist verbindet, man kann es anklicken. Es ist ein Zwei-Sekunden-Cast, und der Erste, der es anklickt, der bekommt es, hat das Mount in the Ventile, und kann es lernen. Es ist nicht tradable, also es ist sehengebunden. Und ihr müsst hier campen. Ich habe angefangen, hier zu campen um 0 Uhr in der Nacht. war hier etwa fünf Stunden, würde ich sagen. Und es ist nicht aufgetaucht, dann habe ich mich hingehauen. Ich kann euch mal zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe einmal NPC-Scan genommen und habe hier, also NPC-Scan ist ein Add-on, und habe hier bei Benutzer definiert eine Zahl eingefügt. Man kann nämlich das tracken. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich das reproduzieren kann. Also, wo ist das Mount? Hier ist es gerade nicht. Wo ist es da gar nicht dabei? Warte mal. Ich muss mal ganz schnell das raussuchen. Man kann nämlich eine Mob-ID raussuchen. Verängstigtes Kodo. Wir müssen nämlich die Mob-ID von dem Viech raussuchen. Ach so, ich sollte vielleicht auch auf Deutsch stellen, weil sonst gibt verängstigtes Kodo keinen Sinn. Also, wir müssen einmal die Mob-ID raussuchen und das machen wir, indem wir hier das Item suchen. Ich habe jetzt verängstigtes Kodo gesucht und jetzt müssen wir den Mob an sich finden und irgendwer hat hier was gepostet. Genau. Schalten in Kodo. Gut, man kann jetzt hier auf Deutsch oder Englisch schalten. Das ist vollkommen egal. Verängstigtes Kodo. Jetzt gehen wir hier auf Links und hier haben wir eine Mob-ID. Die Mob-ID nehmt ihr und kopiert da raus oder schreibt ihr. In dem Fall, ihr könnt es ja auch gleich so übernehmen, ist sie 1, 4, 8, 7, 9, 0. Ja, das ist die Mob-ID und die packt ihr hier rein. Also quasi unter NPC-Scan, das Adder müsst ihr euch halt holen, dann NPC und dann Benutzer und dann könnt ihr die hier einspeichern. Ihr könnt jeden Mob in WoW, alles was ihr anvisieren könnt, hat eine ID und wenn ihr die hier rein speichert, dann schlägt NPC-Scan auch an. Wir können das auch mal testen. Man kann hier auch was ins Target nehmen und einfach Target reinschreiben. Dann hat er jetzt die Mob-ID von dem komischen Reh und ihr seht, er schlägt mir jetzt bei dem komischen Reh an. Will ich das? Eher nicht, ja. Aber dementsprechend schmeißen wir den Scheiß wieder raus. Ich hab's ja, ja. Also ich brauch's ja nicht. Genau. Und das ist die Mob-ID quasi von dem Kodo. Das hab ich mir gespeichert, dann hab ich mich hingehauen, glaub ich auch nochmal 5 Stunden. Hab hier geschaut, dass ich nicht auslogge. Das könnt ihr machen, indem ihr einfach mit einem Mob in Combat kommt. Zum Beispiel, ich kann euch das mal zeigen, ihr könnt einfach hier mit so einem Mob in Combat kommen. Und jetzt hab ich, glaub ich, die Brambles nicht mitgeskillt. Genau. Und dann, solange er im Kampf bleibt, ja, seht ihr, ich absorbier das hier alles. Also ich sterb dadurch und ich könnte mir theoretisch noch die hier Dings, Wiederherstellungsaffinität, dann halt er mich auch immer wieder hoch, aber ja, das könnte man noch machen. Oder ich hab das mit einer G-Tastatur gemacht, dass ich einfach nicht auslogge, dass alle paar Minuten mal ein Spell drückt, dann lockst du auch nicht aus. Das kann man halt machen, wie gehüpft, wenn ihr euch, die G-Tastatur ist halt im Graubereich, das hier, lockt ihr halt nicht aus. Ich hab meine Boxen auf maximale Lautstärke gedreht und irgendwann dann um 10, ich hab ja gerade zum Glück, bin ich aus dem Bett gefallen, ja, weil das hier gescheppert hat wie so ein blöder, rennt zum PC und da war das Kodo angeklickt, hatte ich's, ja. Also, oder ihr bleibt halt da einfach hocken und wartet drauf, ist es aber halt auch ein bisschen langweilig, ne. Also, bei mir hat's fast 10 Stunden gedauert, bis es da war. Ob das bei euch auch so lang dauert, kann ich nicht sagen. Es wird immer spekuliert. Manche meinen halt, dass es zwischen 2 und 6 Stunden ist. Bei mir war's tatsächlich länger. Ich hab auch vorher ein bisschen Serverhoppen probiert, vielleicht hab ich's dadurch auch verpasst, zwischendrin, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaub, das Sinnvollste ist, sich einen Server zu suchen und dann dort quasi zu bleiben, ja. Manche meinen, dass man hier auch rumfliegen sollte, dass das auch ganz praktisch ist. kann ich jetzt nicht sagen. Ich war jetzt eigentlich die ganze Zeit hier rumgestanden. Ihr seht schon, ah, da kommt schon wieder einer, der hier's mit Serverhop probiert. Ja, das war's eigentlich mit den 5 Mounts. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich sehr gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.